Die Erziehungsrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentembescheid24.de. Die Erziehungsrente ist eine gesetzliche Hinterbliebenenrente, die es seit dem 1.7.1977 gibt. Sie setzt voraus, dass der Versicherte eine Ehe hatte, die nach dem 30. Juni 1977 geschieden wurde und ihr geschiedener Ehegatte gestorben ist. Sie ein eigenes Kind oder das Stiefkind des verstorbenen Ehegatten erzieht und sie nicht wieder geheiratet hat. Und als letzte Voraussetzung, sie die allgemeinen Wartezeiten für die gesetzliche Rente erfüllt hat. Allgemeine Wartezeit sind diese 5 Jahre Wartezeit. Dann hat die Versicherte oder der Versicherte Anspruch auf die Erziehungsrente. Die Erziehungsrente selbst wird berechnet aus eigenen Rentenansprüchen im Gegensatz zu einer Witwenrente. Diese berechnet wird aus den Ansprüchen des verstorbenen Versicherten. Bei Fragen zum Thema Erziehungsrente nutzen Sie unser Beratungsangebot. Allgemeine Informationen zur Erziehungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.